Ich dachte, es stehen immer zwei Typen gegenüber und die machen dann gegen die jeweils anderen halt mehr Schaden. Kann sein, dass es ein kurz komplizierter gemacht wird. Und damit haben wir... Aha! Yay! Ich habe in Schalte gedrückt. Du legst aber eine Menge Strecke hier zurück, ohne überhaupt angegriffen zu werden. Hättest du es mal nicht gesagt. Ich habe wohl schon gesehen, dass du in Random Encounter gekommen bist. Trotzdem habe ich es gesagt. Ja, ist halt gut. Ach, nochmal die gleiche Encounter. Schon wieder. Natürlich eine Backattack. Das müsste es hier eigentlich verbrennen. Eigentlich müsste das super effektiv sein. Mal rein theoretisch, ne? TECKEL! Sieht Gott sei Dank bei jedem viel anders aus. Null! Was zu erwarten? Ja, Rookie gegen es ist klar, ne? So. Versuchen wir mal wieder einen Instant-Kill. Vielleicht gibt es ja diesmal. Ne. Aber es reicht trotzdem aus. Ausnahmsweise. Wegen Typ-Vote. Ja, ist ja geil, aber man macht nirgendwo so viel Schaden wie hier. Hm, Vogel gegen Fisch? Ich meine, irgendwo kann ich das sogar verstehen. Ja, es gibt ja viele Vögel, die hier Futter aus dem Fluss holen. Heilung! Um ganze 500 Uhr. Hurra! Und da war eigentlich nur HP verloren. Na doch, ein paar zu schon verloren. Wie gesagt, Zug skippen und so, ne? Weil wegen ihm hier. Ja. Muss sein. Muss sein, ja. Anders geht's ja nicht, weil er ist ja so scheiße nach dem Kram. Bam, bam! Ich frag mich immer noch, warum ich WarGrowmon noch nicht hab. Kann es sein, dass mir eine Dex dafür fehlt, dass er eine Dex-Anforderung hat? Wirklich wert. Growmon hat Level-Up Dex. Guck mal noch gleich mal nach. Nämlich jetzt. Jetzt mal laden wir das. Dankeschön. Und ich rase langsam auf die 100.000 Bits zu. Das ist gut. Ja, ja. Ob das wirklich gut ist, ist eine andere Sache. Ich will nicht noch mehr nur mehr wollen. 10 oder mehr Ultimates besiegt. Wo ist Monster jemand, wenn man ihn braucht? Vor allem, warum brauche ich für ihn ein oder mehr Metal Empire Digitation? Das macht keinen Sinn. Für dich. Das brauche ich für dich. Viel zu viel. Luck ist at least 200. Sonst noch Wünsche? Näm. Das geht ja noch. Und das, naja. Argumon ist eh kein In-Typ, von daher. 50 Nightmare Soldiers. Und eine oder mehr Mega Digitation brauche ich für ihn eh. Und eine Fragezeichen-Bedingung. Ich kann nicht mehr aber qua- äh, 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 obwohl, ne, kann ich mir nicht unbedingt denken. Garlandmon? Keine Ahnung. Holy Spear bekommen, oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also, merken wir's mal. Ich find's ja lustig, dass immer noch kein Ultimate hier aufgetaucht ist. Oh. Das ist aber ein Teleporter jetzt. Ja, aufwärts. F2. Aufzug. Moment. Moment, diese Orte nennt mich irgendwie an Hollow Bastion. Naja. An das gute alte Hollow Bastion. Oh yeah. Und mitten auf der Plattform einen Kampf, natürlich. Ich sag ja. Ich sag ja, du Elberg. Hm. Ja. Wenigstens ist das geile Skript. Uh, ein Black Greymon. Das könnte Dark. Ja, das könnte ein Nightmaster-Solder sein. Auf dem Rookie-Level sind sie noch nicht so wirklich gefährlich. Aber hier? Hm. Was? Blau? Okay, das ist voll besoffen. Okay, das ist... ...hoffentlich ein Drache. Ja, es ist ein Drache. Hält auf jeden Fall wieder... Oh mein Gott, der da garam an. Du bist immer noch so schwach. Naja, ein Drittel Drache. Immerhin. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Das würde ihn jetzt wahrscheinlich umpumpen. Würde ich mal schätzen. Moment. Luffy Kalani ist... ...Krit. Ja, mit dem Kritt, ey. Ja, er ist ein Dragon. Schade. Total Dragon. Und ein Restless Drink, yeah. Da wirst du voll Restless. Das ist besser als Red Bull. Ja, das ist besser als Chuck Norris Pisser. Nichts ist besser als Chuck Norris Pisser. Das wäre nicht best worden. Schalter. Da ist schon wieder Yoschima. Hast du nicht gesehen? Das heißt, er ist dann wohl auch sehr bald der Boss. Die State ist, glaube ich, nicht allzu groß. Aber das nervt mich ein bisschen. Die State ist auch simpel aufgebaut. Hier gibt es keine großen Secret-Geheimgänge und sonst was. Ah, zwei. Sehr schön. Zwei Drachen. Weil man will sein Krass haben. Na ja. Ich weiß, dass er wenig Schaden macht. Aber egal. Du kannst ihn ja erst aufpumpen. Naja, dann dauert er Kampf zu lang. Dankeschön. Ausnahmsweise kein Incident-Kill. Hatten wir auch von lang nicht mehr. Ich wollte wirklich kein Incident-Kill. Weil sonst wäre der Kill weg. Das wird riskant. Machen wir dich. Wenn es kein Crit ist, überlebt er es. Ja. Wer da keinen Schock von dieser Schönheit bekommt. Wenn er keine Standlade kriegt. Er kriegt keine. Okay. Wobei mir ist aufgefallen, alle Viecher hier sind kastriert. Keiner hat Eier. Er ist trotzdem besoffen. Stimmt. Bitte lass es ausreichen. Dankeschön. Ja, sogar gekrittet. Und trotzdem nur 900. Alter. Leck mich sonst wo. Das kann doch nicht wahr sein. Und er macht immer noch mehr Schein, wenn er gar nicht mehr hat. Und wenn er kreppen würde. Pitfire. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Naja, es ist zumindest gut, dass er genauso wenig Schaden nimmt, die alle anderen. Ah. Das ist schon ein bisschen dämlich, dass der Garamon einfach nichts drauf hat. Gar nichts. Kann ich mir irgendwas hochboosten? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Sie kann mit einem Support-Command wiederbeleben. Alter. Was soll er? Wir kaufen keine Items mal ein. Die bleibt im Team. Okay, wir kaufen ein paar Items ein, falls sie drauf geht. Eben. So, hoffen wir auf den Crit, weil anders wird's nix. Hm, andererseits. Was, Barrel smash the barrel below? Ich weiß es nicht. Und Solid Strike? Ich weiß es nicht mehr. Take this. Hat gereicht. Gott sei Dank. Ist schon komisch, dass... Dass Zuschlagen mit einem Metallrohr ein Drachenangriff ist. Warum nicht? Long rest this drink. Wesen hat ja der Garamon Level-Up gehabt, aber ich erhoffe mir nicht viel davon. Äh, man. Ich sollte vielleicht demnächst auch nochmal zu Dingsbums hier, nicht Garamon, sondern Salamon zurückrennen. Wegen unserer Kill-Rater. Oh, ja. Weil wir ziemlich viele Digi-Eier bekommen haben. Oh. Äh, gehen wir nach oben oder nach unten? Geh mal nach unten. Ja, erst mal runter. Rennen wir aus der Gegendewand. Und wieder im Kreis. Danke, Duell-Berg. Schon wieder. Äh. Jetzt könnten einfach mal was Neues auftauchen, sonst fang ich an, die Schrauben. Die Handwerke wegzuschneiden. Danke, Spiel. Nightmare Soldiers. Einfacher Nightmare Soldiers. Naja, Champion Nightmare Soldiers. Nein, nein, das sind Geburim und die sind gerade mal Rookie. Nein, das sind Schama-Mon. Schama? Oh. Okay. Die können meine Gruppe angreifen, wenn ich Pech hab. Schama-Bomb, sag ich nur. Und meine Pechers machen die 10 Schaden. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Außerdem sind die Champion. Ja, ja, schon gut. Schama, Streikt. Schama, der Streikt. Yeah, wow. Schau mal, der mehr als 50 Punkte Schaden macht, hätte er es gedacht. Boah, ja, da kann man mit der Hälfte der HP abgezogen. Es muss gefeiert werden. Jetzt, Schama-Mon. Es treibt schon wieder. Ja, feiert. Man sieht's. Aber wenn's darum geht, Schaden zu fressen, sollte ich mit dem Rookie Digimon kämpfen. Aha. Hau einfach mal rein. Oder du solltest die Geschwindigkeit aller Teammitglieder runtersetzen. Naja, du weißt, dass ich da mit Karomon schon mal getötet hab. Wenn du seine eigene Geschwindigkeit runtergesetzt hast? Ja. Das musste jetzt natürlich ein Crit sein. Hallo. Sie mag die Typen nicht. Ich schätze mal, hatte ich Barrel Blow oder mache ich jetzt Barrel Smash oder mache ich jetzt Barrel Blow? Irgendwas hatte Instant-Kill-Effekt. Ah, nee. Das hat auf jeden Fall Panic. Bam. Ich glaub, da war keins. Solid Strike. Doch, ich könnte schwören, da hat auch schon mal jemanden gewonnen. Hattet. Ich will die Mom-Kill-Effekt. Aber nur, wenn er sonst weg geht, war. Mein Gott. Megamäßige Sympathie-Minus. Megamäßige Sympathie-Minus mal zwei. Ah. Und useless. Nicht unbedingt. Ich sag, wie Sympathie ist so und so niedrig, gar nicht mehr so schlecht. Ah, in Ruhe. Für. Steal-Up. Warte mal, ist das... Ist das ein Key-Item? Das klingt nach einem Key-Item. Ich kümfe mich auch danach, aber... Sinnlos! Nicht unbedingt. Also, kannst du dich halt der Gehörer-Mann geben, aber ich glaub nicht, dass es dir was bringen wird. Steal-Up, Tatsache. Make it easier to steal. Gleich bitte den In-Chip noch benutzen. Hm. Und? Ach komm, weißt du was? Hau mal rein. Hi, Encounter! Aber brüll den Bildschirm nicht nochmal an, wenn du dich so hochkriegst. Na jetzt auf jeden Fall nicht, weil jetzt hast du schon gesehen, wie weit ich gekommen bin. Nicht weit. Das kann noch. Es müsste ein Item geben, Loading Time Minus. Aber hallo. Naja, ich fang dann mal mit Schneiden an. Neu Angriff, Blackout, Blackout, Bäm, Bäm, Bäm. Es macht nicht viel Schaden, aber es geht auf alle. Es macht mehr Schaden als Virtual Kick, wenn es nicht grittet. Und es geht auf alle. Ich gehol nochmal, es geht auf alle. Und es reduziert die AQC, wenn man Glück hat. Ja, deswegen nehme ich den Kampf jetzt ausnahmsweise mal noch auf. Ich meine, neuer Attacke und so, ne? Er muss aufgenommen werden. Ja, da wird vor Greyman nochmal drankommen. Oder auch nicht. Fick dich, Greyman. Nix. Ja, gut. Komm. Hau rein. Wenn das Ding auf Attack... Obwohl, Attack Power heißt ja allgemein Attack Power. Steht sie nicht stärker oder int? Ne. Oh. Ich mach's kaputt. Ist der Dab von dem Film eigentlich gelungen? Ja, schon. Fix it, Felix. Reparier's, Felix. Ich kann's reparieren. Und nochmal, Blackout. Hideo Kojima lässt grüßen. Der Habe sieht auch cool aus. Der ist auch hier Atagaram. Ähm. Na, das sind schon mal eher Werther. Weißt du, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht ne Idee. Wenn ich mal gegen... Wenn ich mal wieder ne Endcounter gegen vier Digimon hab. Ja, Atagaram und hochbaffen und dann Blackout. Oder jemand anderes mit Flächenschaden und dann hochbaffen und dann Blackout. Das ist eigentlich die Idee. Allgemein keine doohe Idee. Aber bei zwei lohnt sich das noch nicht wirklich. Und ne Drei Encounter hatten wir ja auch noch nicht. Ich schweige dir ne Vier Encounter. Ne Vier Encounter hatten wir... Das letzte Mal in der Höhle, glaube ich, ne? In Rage Cavern. Nein, nein, nein. Das hatten wir das letzte Mal in diesem komischen Ding. Ach so, genau. Das sah wie in Orta vor. Auf wie vieles... Ach, das Mirage Museum? Ja... Ich glaube, die Leafies Island hatten wir auch schon. Na egal. Egal, wir hatten es auf jeden Fall schon. So wie zum Thema High Encounter. Geht doch. Wow, ihr habt ein paar Schritte verpasst, aber ich werde eh gleich wieder neu in dem Encounter haben. Von daher... Was sage ich? Ich muss ihn noch drauf aufmerksam machen, dass er vielleicht aufnehmen sollte den Weg. Aber er ist sowieso nur gerade ausgelaufen. Du bist schuld. Wegen dir nehme ich den Kampf jetzt auf. Der, das muss sich ja lohnen. Hey, die Leafies. Mhm, die wird Yadda Garamann hoffig one-hitten. Sollte er eigentlich. Typvorteil, sage ich nur. Vor allen Dingen Rookies. Und die Qs. Okay, wenn die Qs. Die Quest anscheinend scheint es doch immer zu machen. Zumindest beim ersten Mal. Ja, die sind tot. Die sind tot. Die sind definitiv tot. Frittiert. Du meinst, wo in Dunkelheit gehüllt. Okay. Ihr Hintergass ist erstochen. Das ist nicht als, 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 ähm, Nebeneffekt blind hat, wundert mich, sondern das ist nur der Genauigkeit reduziert. Aber naja. Ähm. Blind wäre unfair. Wieso? Ja, auf alle stimmt. Okay, auf alle. Auf alle auf jeden Fall. So. Hallo Yoschima. Bist du auch schon wieder da? Da. Und hast nur in einem Encounter mitgebracht. Dankeschön. Hm. Alte Männer. Wird es... Oh mein Gott. Es, es digitiert. Es hat seinen Nutzen verloren. Nichts mehr mit Blackout. Digi Soul Charging. Yeah. Was auch immer ich gemacht habe. Das wird jede Wette, Otamama. Ich hab die... Ja, wahrscheinlich, weil Deepsea Soul Charging und so. Oder weil ich eine Tech-Command-So und so oft genutzt habe. Oder weil ich so und so viel Schad ausgeteilt habe. Und seine Lippensipp-Bewegung ist immer noch mit der Synchronisation asynchron. Und darauf haben wir von Bandai noch nie der Gericht. Naja, Bandai, ihr seid scheiße. Namco, ihr seid auch scheiße. Bandai, Namco, ihr sind sowieso. Natürlich ist es, war ja klar. Wenigstens das Standard-Otamamon. Was ist so gut daran? Das ist immer noch ein Guki und das ist immer noch scheiße. Das kannst du C-Dramon digitieren. Oder auch nicht. Und es kann auch M-Luck ab. Das war klar. Heißt das Ding wirklich Kinderklauer? Das ist ja auch nur eine Kaufwaffe. Naja, egal. Er kann doch gegen den Fisch mit Boxern schieben. Mambo, number five. Okay, Mambo, you die. Aber richtig heftig. Was muss man wetten, dass sie wieder krittet? Na okay, doch nicht. Ja, aber reicht trotzdem aus. Metal Empire und so, ne? Was? War das alles? Ein M-Recover-Key. Nicht schlecht. Das heißt, komplett Wiederbelebung. So, aber erstmal, ja, der Garamon wieder reinholen. Nicht wahr? Ja, eindeutig. Ich hab soeben die 100.000 Bits geknackt, falls du's gesehen hast. Oh, der war langsam wohl. Das kann auch sein. Nee, 100.000, das ist ein bisschen viel für Otamamon. Wir können ja mal gucken. Dann schätzen. Äh, halt hier. Ender nach unten. Nee, falsch. Nach oben? Ja, nach oben. Nee, hä? Ah. Nee, what? Vom normalen aus nach oben? Anscheinend. Ja. Mambomon. Fünf oder mehr Deep Seas. Ja, das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Also, nächste Digitation wird definitiv Mambomon. Ja, Warmon kannst du knicken. Cidramon. Ja, leider hab ich das Digi-Armor-Eiter-Ehrlichkeit noch nicht. Ehrlichkeit? Honesty. Aufrichtigkeit. Ja, ja. Oder Aufrichtigkeit, oh, ja. Deutsche Übersetzung. 10 und mehr Deep Seas und 10 und mehr Winged Guardian. Stimmt. Und Cidramon ist eine Mischung aus Deep Seas und Winged Guardian. Jetzt mal ganz genau genommen. Ja, aber Aufrichtigkeit war immer das von Mimi. Und Mimi war bestenfalls Jungle Trooper. Okay, es ist auch nicht Cidramon, es ist Dolphinmon. Danach kommt erst... Delfine haben schwule Nasen. Danach kommt erst eine Cidramon-Digitation. Mega Cidramon. Oh, ist das schon Metall? Nee, das ist Mega. Oh, das ist doch Metall? Nee, das ist Mega Cidramon. Das ist... Das ist Mega Cidramon. Richtig. Denn das hier ist ja Metall Cidramon. Sollte zumindest, ich mein. Das ist lang. Wenn ich jetzt Edel genau sehen könnte, kann man ahnen, warum. Na mein, wir sind schon mal fertig. Büschen. Und danke seines Instant Kills Bei der Cidramon-Gruppe sind auch fünf Cid-Soldiers ziemlich schnell abgemolkst.